Es ist Bullenmarkt angesagt und mich hat die verständliche Frage erreicht, Mensch Rüdiger, wieso glaubst du, dass es nochmal Allzeithochs gibt oder sogar vielleicht erstmal das Jahreshoch nochmal überschritten wird und danach sogar ein neues Allzeithoch geben wird? Naja, ob das so passiert, weiß ich natürlich nicht, aber im Moment verhalten sich die Marktteilnehmer durchaus so und beim S&P, wir haben es ja mehrfach angesprochen, war das Bild für eine Wende hier in diesem Bereich durchaus nachvollziehbar und offensichtlich nehmen es die Marktteilnehmer ernst, haben gesagt, da wollen wir nicht durchfallen und jetzt geht es nach oben. Einige argumentieren jetzt, naja, die Notenbank hat sich ein wenig dovischer ausgedrückt, vielleicht müssen wir ja gar nicht mehr die Zinsen erhöhen, warten wir es mal ab, wie sie sich dann tatsächlich entscheiden, aber es besteht zumindest mal die Hoffnung, dass die Notenbank, also die FED in dem Fall sagt, vielleicht lassen wir das mal. Interessanterweise, da bin ich eh nochmal gespannt drauf, interessanterweise sind die 3 Monats T-Bills inzwischen über der Range der FED, nämlich die FED hat ja 5,25 bis 5,50 angesagt, wir haben jetzt 5,56 gesehen, also da sind wir sogar noch ein bisschen drüber, mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ob die Notenbank dann tatsächlich sagt, na, machen wir nicht mehr. Zwar sind die 3 Monats T-Bills drüber, aber wir werden dagegen schaufeln. Na gut, ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich der Fall sein wird, lassen wir uns da mal überraschen, aber ihr wisst, das ist hier charttechnische Betrachtung und viele kritisieren das und sagen, das ist doch Quatsch, hier am Chart irgendwas abzulesen. Naja, tatsächlich klingt das eigenartig, dass man am Chart irgendwas sehen kann, aber es geht hier eigentlich gar nicht um den Chart, sondern es geht um die Marktteilnehmer. Ich will einfach nur sehen, sind die begeistert von irgendwas, glauben die an was, also theoretisch, ich gucke in die Gesichter und sehe, freuen sie sich oder freuen sie sich eben nicht. Na gut, in die Gesichter gucken alle, kann ich nun nicht, aber ich kann in die Taten aller gucken und das ist eben der Chart und das Verhalten, was wir hier haben aktuell, spricht eben die Sprache. Ja, ja, Bullish ist schon in Ordnung, das ist zumindest mal vorläufig das, was Sache ist und wir haben es ja mehrfach angesprochen, jetzt erzähle ich euch nichts Neues, dass diese Geschichte, die wir hier haben, ja durchaus ein relativ klassisches Bild ist und die Auflösung wäre typischerweise, dass wir wohl ein Neues hochkriegen, aber wahrscheinlich sogar eine realistische Chance, ungefähr 4.900. Ich habe es angesprochen, ich habe hier immer wieder mal darauf hingewiesen, es gab hier auf Wochenbasis jetzt einen Hammer, das ist durchaus ein Einstiegssignal, das man eben nutzen kann. Darauf hatte ich ja gestern schon hingewiesen, wer also das ergreifen wollte und sagt, komm, ich mache mal hier im Großen, hat ja ein relativ überschaubares Risiko gegenüber einer relativ deutlichen Weit auf der Gewinnseite. Ob er das wirklich macht, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Also versteht mich nicht falsch, ich bin nicht derjenige, der sagt, das da oben passiert jetzt auf jeden Fall. Das weiß ich genauso wenig wie alle anderen Menschen auch. Und was ich weiß ist, so viel riskieren, so viel gewinnen, die Chance für dieses typische Verhaltensmuster ist jetzt nicht winzig. Ja, dann kann man das ja mal fahren, in der hoffnungsvollen Erwartung, dass man vielleicht den Stopp irgendwann mal ein bisschen nachziehen kann und damit das Risiko sogar noch kleiner werden lässt, lässt ihr in der hoffnungsvollen Erwartung, dass es nach oben geht. Für heute, ihr habt es gesehen, wenn ihr beim Board for Trading mitmacht, da habe ich ja sowohl beim S&P als auch beim Dow Jones euch hier so ein Szenario gegeben. Ihr seht es, beim S&P lief es super, beim Dow, das sieht man jetzt hier leider nicht so richtig, doch man kann es hier noch erkennen, da lief es nicht. Beim Trade des Tages musste ich mich für einen dieser beiden Varianten entscheiden und hässlicherweise hat er erst noch den Stopp geholt und läuft jetzt. Das ist das Ärgerliche. Deshalb aber auch der Tipp an euch, wenn ihr jetzt, egal ob ihr diesen Ansatz oder andere Ansätze verfolgt, handelt ruhig mehrere. Oder für diejenigen, die gesehen haben, dass ich beide Ideen reingestellt habe, handelt ruhig beide. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die exakt gleich sind vom Ergebnis, ist nicht 100%. Ja, es gibt immer noch eine gewisse Diversifikation. Also insofern, statt bei einem alles Geld zu riskieren, was ihr pro Trade riskieren wollt. Also mach mal ein Beispiel bei einem jetzt, wenn ihr 100 riskieren wollt, riskiert halt bei beiden, sagen wir mal 50 oder von mir aus so 60, 70. Warum kann ich dann mehr riskieren? Ist doch in der Summe doppelt. Ja, weil die Korrelation ja eben nicht 1 ist, sondern weil sie eben ein bisschen niedriger ist als 1. Und dann kann man auch mit den Einzelrisiken ein bisschen höher gehen als nur die Hälfte, wenn ihr beide dieser Ideen entsprechend umsetzt. Na gut, also das ist jetzt erstmal Geschichte. Der Markt zeigt aber jetzt aktuell nicht wirklich Schwäche. Man kann also jetzt ihm nicht vorwerfen, dass wir hier schwach unterwegs sind. Nach wie vor für diejenigen, die sich jetzt wundern und sagen, Mensch Rüdiger, du warst doch so bärisch beim Dau. Ja, bin ich nach wie vor. Im übergeordneten Bild ist das ja jetzt nicht schöner geworden, was wir hier hatten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal hier hochkommen irgendwo. Warum soll das nicht gehen? Lass den doch mal hier irgendwie hochkommen noch. Zum Beispiel so oder kann auch einfach nur eine ABC sein. Und danach macht er nochmal so ein ABC, das was wir hier unten haben. Das ist ja quasi ein Zigzag, was ich hier gezeichnet habe. Wenn wir vorne einen Zigzag haben, in der Mitte eine Pause, hinten ein Zigzag, dann haben wir einen Double Zigzag. Dann kommen wir auch hier hin, wo wir den ganz gerne haben. Also dann haben wir zwar noch den Umweg über den Bullenmarkt. Das ist ja denkbar, dass dann in der Zeit S&P und Nasdaq getrieben von einzelnen Titeln eben Neues hoch doch nochmal schaffen. Er quält sich halt vielleicht nach oben. Das weiß ich nicht, ob das so passiert, aber es wäre typisch. Und wir werden zwischendurch immer wieder die Möglichkeit haben, dann zum Beispiel, wenn wir sowas hier sehen, so einen Zwischenlong nochmal mitzunehmen, später diesen Zwischenschort nochmal mitzunehmen. Das kann ich jetzt noch nicht reinstellen. Das bringt jetzt ja noch gar nichts. Aktuell gibt es keinen Grund, irgendwie was für die Short-Seite zu machen im kürzerfristigen Bild. Im längerfristigen Bild ist es nach wie vor aus meiner Sicht die Zielerwartung dieser Geschichte. Also wir werden sehen, was draus wird. Wer das große Bild hier tatsächlich mit der Abwärtsseite hier im Blick hat und handeln wollte oder gehandelt hat, für den gilt das grundsätzlich nach wie vor. Aber wir müssen uns überlegen, es ist durchaus denkbar, dass wir vorher hier nochmal zumindest ein bisschen ansteigen über die nächsten Wochen. Vielleicht gibt das die Jahresendrallye, die so ein bisschen mit angezogener Handbremse ist hier. Ganz ausschließen will ich nicht, dass wir sogar auch hier nochmal ein Neues hochkriegen. Aber das habe ich ebenfalls ja auch schon mal angedeutet. Dann hätten wir hier ja mit Überschneidung trotzdem noch nach oben. Dann wäre das zwar ein Pyrussieg, dass wir hier nochmal drüber gelaufen sind. Aber dann hätten wir vorne einen Impuls, hinten ein Ending. Und dann rede ich nicht von dieser Marke, sondern rede ich eigentlich von dieser Marke. Also insofern weiß ich noch gar nicht, ob ich das im Übergeordneten so schick fände. Aussitzen würde ich das dann allerdings nicht. Also wer jetzt auf diese Zielmarke hier geplant hat, der sollte durchaus noch damit rechnen, dass der Kurs hier noch ein bisschen höher geht. Aber so lange würde ich dann auch nicht mehr warten. Also da können wir uns ja dann nochmal Gedanken drüber machen, wenn wir jetzt hier irgendwie drüber kommen, irgendwie so über diese Marke, ob man dann wirklich drin bleiben will. Zumindest wenn der Markt jetzt sowas macht, das sind ja eh Long-Anzeichen. Aber ist ja schön, wenn ich hier ein Long-Anzeichen kriege, dann kann ich ja auch gegebenenfalls mein Short hier stoppen. Und wenn ich wirklich hier Short gegangen bin, ja, dann bleibt sogar noch ein kleiner Gewinn übrig. Das ist vielleicht jetzt nichts für große Feste zu feiern, aber immerhin nochmal so der Ansatz, dass man sagt, ja, okay, sollte in diesem Moment noch nicht sein, aber dann muss ich es ja auch nicht aussitzen in dem Moment, dann gehe ich halt nochmal raus, habe diesen kleinen Gewinn vielleicht gemacht. Ja, kann man ja auch machen. Also für diejenigen, die jetzt hier an der Stelle geshortet haben oder wer jetzt sogar hier geshortet hat, als wir diese Überschneidung hatten, der hat sogar noch ein bisschen mehr Rückhalt und noch ein bisschen mehr Platz, was das angeht. Na gut, also ihr seht, das Ganze ist im Moment alles, was soll ich euch sagen, das sind alles Aufwärtsszenarien. Wir seht das hier im kleinen Schub hoch, wackelig runter, Schub hoch. Das sind alles keine Abwärtsdrücke. Hier gab es mal so ein bisschen Abwärtsdruck und dann hat er aber nicht hoch gewackelt. Sonst wäre man ja Short gegangen, hat er nicht gemacht. Im Gegenteil ist jetzt wieder stark nach oben. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt im Moment in der Bullensituation und deshalb sind wir nochmal beim S&P im Moment eher die Erwartungsseite aufwärts. Achtet drauf, wenn wir im kleineren oder größeren Bild mal Korrekturen kriegen, ja, kann er ja machen, dann sind das sogar nochmal wieder Einstiegspunkte, um nochmal auch verspätet, wer hier jetzt zum Beispiel den Wochenhammer, den hier unten nicht handeln wollte oder konnte, verpasst hat, gibt es ja alles, oder sich nicht getraut hat so richtig, kriegt dann hier vielleicht später nochmal die Möglichkeit an korrektiven Rücksetzern, so einen Zwischeneinstieg dann eben entsprechend zu wagen. Ich muss es nur unkonkret lassen, weil viele natürlich dann sagen, ja, aber was ist dann, kann es da nicht mehr runtergehen? Ja, ja, streng genommen, natürlich wird es dann nochmal runtergehen, denn wenn dieser Rücksetzer kommt, dann ist ja als nächstes wieder ein größerer Rücksetzer geplant, also fünfte Wellentrade. Das kann man mit zwei Wörtern jetzt hier schlecht erklären, aber fünfte Welle hier zu traden, danach kommt die nächste Korrektur und böte dann hier eigentlich den nächsten Anstieg dann hier wieder. Also ich mag es lieber dann versuchen, am Anfang eben reinzukommen. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob ihr im Kleinen, im Großen, im Mittleren Bild handeln wollt. Da tickt jeder ein bisschen unterschiedlich. Deshalb versuche ich hier jetzt an dieser Stelle, ihr wisst, dass ihr entweder im Trade des Tages oder bei Born for Trading ja ganz konkrete Ansätze kriegt, wie ihr eine Position eröffnen könnt oder wie wir das zumindest machen. Ob ihr das dann macht, müsst ihr selber wissen. Aber hier, diese Videos sind ja eher dazu geeignet, um euch, sagen wir mal, eine Anregung zu geben, in welche Richtung guckt man eher, in welche Richtung ist der Filter? Ist es eher eine Long-Seite? Ist es eher eine Short-Seite? Sowas in der Richtung. Was wäre jetzt ein gefährliches Muster? Gefährlich wäre das. Noch gefährlicher ist, wenn er dann korrektiv hochgeht. Warum? Weil dann ist die Erwartungshaltung, dass das folgt, sobald er irgendwelche Zwischentiefs hier triggert. Und dann kann ich ja schon relativ frühzeitig rausgehen, muss ich ja das gar nicht aussitzen. Und dann kann ich ja schon sehen, wenn der hier unten ist, würde er ja überschneiden mit dieser Korrektur. Das heißt, ihr könnt hier schon sehen, dass der Bullenmarkt erwartungsgemäß bei dieser Projektion ernsthaft beschädigt wird. Das ist jetzt nur Fantasie. Das weiß ich nicht, ob das so kommt. Also das will ich gar nicht jetzt ankündigen, dass das passiert. Aber so könnt ihr vorzeitig erkennen, weil viele immer schimpfen und sagen, das sieht man ja immer erst im Nachhinein. Naja, wenn ich das sehe, wenn ich das sehe, dann habe ich schon eine Idee, wenn das passiert, weiß ich, was passiert. Das kennen wir von zu Hause. Kind kommt heim, schon ein Riesenflunsch, pfeffert noch Tasche in die Ecke, weißt du schon, was als nächstes kommt. Kannst du frühzeitig schon deeskalieren oder in Deckung gehen. Also insofern, dementsprechend ist das an der Börse auch, das sind so eine Art, man kann sagen, Frühindikationen. Da kann man am Verhalten im Vorhinein schon, das ist das. Der Chart sagt einem das nicht. Das wird häufig missverstanden, weil man sagt das gerne. Ja, im Chart sieht man das jetzt hier. Aber der Chart spiegelt ja nur das Verhalten wieder. Das ist genauso, wie gesagt, wenn zu Hause dann und siehst schon, du hörst schon daran, wie die Türen oder der Kühlschrank zugeschlagen wird, ob das noch ein angenehmer Nachmittag wird oder dann eben doch nicht. Und das ist genau das Gleiche an der Börse. Da hört man es halt nicht so sehr. Da sieht man es. Und da sieht man, solange die Welt halt so unterwegs ist, ja so richtig gefährlich wird es nicht, wenn wir das Ganze nach oben wieder auflösen. Allerdings diesen Bruch, den vergessen viele und gehen dann da hier, oh, geh ich hier schon mal um, hab ich was gespart. Ja, dann bricht der Kurs nach unten weg und dann ärgert oder wundert man sich, öh, warum hat denn das nicht geklappt? Ihr müsst auch sehen, nicht nur, dass sie Friedensangebot machen, sondern auch, dass es angenommen wird, also der Trigger da entsprechend. Ich hoffe, dass das so ein bisschen, für diejenigen, die da noch sagen, ich hab da so Schwierigkeiten, du malst da rum, das taucht doch alles nichts, dass ihr zumindest versteht, wie wir da drauf gucken. Ihr müsst es ja nicht toll finden, aber, dass ihr zumindest nachvollziehen könnt, warum jemand auf den Chart guckt, nicht, weil das so schön aussieht, sondern weil man daran erahnen kann. Mit Sicherheit wissen wir das nicht, aber erahnen kann oder eine bessere Voraussage machen kann, ob die Leute eher positiv sind oder nicht. Also viel mehr Aussage müssen wir da gar nicht rausholen. Das würde schon reichen. Na gut, den Nasdaq, den hätten wir euch eben auch noch präsentieren können, hier mit dieser Geschichte. Das ist jetzt aber so schnell passiert, so schnell können wir dann auch nicht tippen. Also insofern auch hier erst noch mal das bullische Bild. Man sieht das hier, alle Aufwärtsbewegungen im Großen, dann wackelig runter, Schub, dann hier auch in den kleineren Szenarien war das regelmäßig eher korrektiv eben auf der Abwärtsseite. Noch sieht alles bullisch aus und dementsprechend, tja, wer weiß, vielleicht sind wir gerade mitten im Start der Jahresendrallye. Wir haben allerdings noch die Earnings vor uns. Wir wollen den Tag noch nicht vor den Abend loben. Am Freitag geht es, glaube ich, mit den Banken so richtig los. Pepsi hat heute kurz Earnings bekannt gegeben, aber ansonsten, ich glaube, am Beitrag geht es mit Citigroup, JP Morgan, um nur zweimal zu nennen, los. Da werden wir dann sehen, ob das die ganze Geschichte stützt oder ob das Ganze dann in sich zusammensackt. Na gut, lassen wir uns da mal überraschen. So, was macht der DAX in dem Umfeld? Der hat heute schon mit einem coolen Gap nach oben eröffnet. Das ist also der Index. Das war Schlusskurs gestern. Das war heute die Eröffnung. Ist im Moment am höchsten Punkt des Tages vor halbwegs und hat sich damit ein bisschen entfernt. Ist das jetzt ein Zeichen, dass auch der DAX auf besten Weg nach oben ist? Naja, im Moment ja, klar. Aber aus meiner Sicht eigentlich das ist nicht so gut, dass er da drunter war. Aber vielleicht sagen die Leute, ach komm, vergeben, vergessen hat keiner richtig gesehen, war ein Ausrutscher. Ist ja möglich, kann ja sein. Ja, also das ist ja nicht, dass das kann nicht sein, dass das passiert. Allerdings noch möchte ich hier irgendwie erstmal sehen, dass die wirklich Lust haben. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Also wenn die jetzt sowas zaubern irgendwie und da noch eine Korrektur runter, dann ist mir das erstmal egal, ob ich gesagt habe, es geht runter. Das wäre erstmal ein Long-Signal. Noch habe ich so ein bisschen die offene Frage, ob das nicht, was wir hier jetzt sehen, am Ende hier erst nochmal in so eine Geschichte führt. Das ist also noch offen. Also ich bin da noch nicht so super begeistert von. Das heißt, im Index jetzt hier ist das eher trotz alledem nochmal eine Bärenrelle, die da möglich ist. Aber mal gucken, wie die Märkte das hier auffassen. Da haben wir ja zumindest mal eine gewisse ehemalige, Unterstützung, die dann zum Widerstand wird, wenn die Marktteilnehmer da durchgehen wie durch Butter. Also sagen, ja, eigentlich könnten wir Gewinne mitnehmen, machen wir aber nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Wenn ihr seht hier das Juli-Tief, das August-Tief, wer jetzt hier Long ist und eigentlich mit Angst ist, hoffentlich kriege ich nicht nur eine Klatsche, der nimmt hier super gerne Gewinne mit, weil er sagt, das dreht bestimmt wieder. Wenn die Marktteilnehmer aber nicht Gewinne mitnehmen, also nicht hier als Käufer auftreten, sondern im Gegenteil eigentlich der Markt weiter pusht, dann heißt das, dass all diejenigen, die jetzt hier investiert sind, einen guten Mut haben, dass die nicht Angst haben, dass sie nicht vorzeitig schnell Gewinne mitnehmen, dass sie nicht den Strohhalm, ich habe es, hier habe ich es als Strohhalm genannt oder besser gesagt, hier als Strohhalm, ihr könntet drehen, wolltet er nicht. Strohhalm hingehalten, nicht ergriffen. Das wäre das Umkehrding für die Shorties in dem Fall. Wenn dieser Strohhalm für die Shorties nicht ergriffen wird, ist das ein bullisches Zeichen. Dann muss ich eigentlich nur noch darauf warten, dass er korrektiv eben nach unten kommt und dann wäre das zumindest ein Interim-Slong in ähnlicher Länge vorne wie hinten und dann werden wir sehen, ob wir auch hier, ähnlich wie ich es beim Dow gesagt habe, später dann nochmal dieses Szenario kriegen. Das ist dann nicht vom Tisch. Aber vorläufig ist dann das hier erstmal die Long-Seite. Das ist etwas, was man an der Börse aushalten muss, wenn man dann sagt, ja, aber jetzt ist ja wieder andersrum, jetzt hast du es doch so rum gesagt. Ja, das stimmt. Aber als Händler muss ich diese Flexibilität haben. Als Investor muss ich sagen, ja gut, ich habe mich jetzt festgelegt, vielleicht, weiß ich nicht, ich habe mich jetzt festgelegt für dieses Ding, also behalte ich jetzt die Position und wenn es weiterläuft, ich kann ja eine andere Position aufbauen, die auf der bullischen Seite ist, wo ich dann eben wenn es doch nach unten geht, wieder ein bisschen was verlieren würde. Wenn es nach oben geht, bin ich da der Gewinner und verliere ein bisschen was mit den Shorts. Etwas, was viele nicht machen, die sagen dann, nein, ich mache immer nur eine Marktrichtung. Finde ich gar nicht so clever. Stellt euch mal vor, ihr macht jetzt hier ein Long auf. Nur mal als Beispiel. Long auf mit Erwartungshaltung, ja, wenn es richtig geht, dann so und ich verliere, ich riskiere so viel. Und ihr habt gleichzeitig jetzt ein Short aufgemacht, von mir aus hier an der Stelle und sagt, naja, wenn ich da jetzt noch was verliere, verliere ich vielleicht eben so viel, aber wenn ich gewinne, haben wir ja gesagt, da hin. Ja gut, dann werde ich mit einem wohl verlieren und mit dem anderen werde ich wohl gewinnen. Wenn ihr jetzt die Längen hier mal vergleicht, dann werdet ihr feststellen, naja, aber was übrig bleiben, tut es auf jeden Fall. Ist nur mal so ein Gedanke, kann man sich mal überlegen, ob man solche Strategien eben fährt, insbesondere wenn man eben nicht flexibel ist und sagt, ah, komm, dann drehe ich halt noch mal schnell. Nehme ich halt einen Teilverlust mit oder einen kleinen Gewinn halt nur, weil ich, ah, so viel war es gar nicht, ich habe gedacht, geht noch tiefer. Na gut, schließe ich wieder und dann gucke ich mal. Aktuell zumindest mal sieht es nicht nach Bullisch aus, äh, nicht nach Bärisch, Entschuldigung, aus, wobei ich beim Dow und beim DAX nach wie vor nicht so richtig glücklich bin, wobei ich beim S&P und beim Nasdaq eigentlich ganz guten Mutes bin für die neuen Hochs. Und das kann natürlich, machen wir uns nichts vor, da sind die großen, gewichtigen Titel drin, S&P und Nasdaq, dass die dann den Dow mit nach oben ziehen und wenn die alle jetzt hochgehen, dass dann der DAX auch sagt, naja, irgendwie gucken wir mal, ob wir mitmischen dürfen. Na gut, ich lasse euch mal alleine mit den Gedanken, jetzt war es wieder länger, als ich eigentlich wollte, euch einen schönen und erfolgreichen Nachmittag erstmal. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.